Hey, Mariechen, hallo, wie geht's dir? Oh, Tag, Gobi. Heute nicht ganz so gut, weißt du. Oh, oh, kleine Freundin, was ist los mit dir? Ach, da haben Kinder gespielt und die haben mich nicht mitmachen lassen. Und nun sitze ich hier und esse mein Käsebrötchen. Nein, Mariechen, sag, sag, magst du Rosinen? Ich hab Rosinen und die teile ich gern mit dir. Teilen, Gobi, meinst du wirklich? Klar, ich teil gern mit dir. Teilen ist was für Freunde. Von dem, was ich hab, dem ich gern was hab. Oh. Ich weiß ja, Wie schön und wunderbar es wär. Gebt mal ein Freund. Ich nur, ich, hör' ich von sich was her. Teilen, das kann so schön sein, Wenn wer was abkriegt, fühlt sich nicht allein. Und kümmert ein Freund sich sehr um mich, teilt er bestimmt mit mir. Und darum teil' ich gern mit dir. Oh, Gobi. Ja, ich teile gern mit dir. Schön. Möchtest du ein halbes Käsebrötchen? Ja, wenn du die Hälfte von den Rosinen willst. Klar, wir könnten teilen, was meinst du? Ja. Nein. Ja, ich bin. Vielen Dank.